das als auftrag von der folge juhu seit wann hat der blast für das keine animation mehr dass du hier was durch okay er hat der fehler gefunden was du bist der fehler nee du der fehler im system aber ich muss nachher mal deine insel kurz brauchen wir wenn ich schon wieder ist nicht schlimm ich muss nur ein gas sporen doch das ist wichtig für den ende das ist mir egal aber danke dass deine insel zur verfügung stellt eine frage wenn du wenn du den angel ring hast kannst du mir zum bauen der dings plattform hier ausleihen für die chest ausleihen ja es ist deutlich angenehmer mit dem angel ring so was zu bauen als mit einem doofen jetpack ich muss allerdings erstmal abwarten bis ich eine zweite fledermaus oh leu warte mal ich habe eine die kann ich freilassen witchwater kann ich den da nicht in meiner mob farm spawnen äh könntest du machen dann muss ich die oben erst die spawne und die spawne nicht auf der höhe ich habe ich habe schon eine fledermaus gefangen im angel ring weil ich brauche du brauchst du auch eine fledermaus für den angel ring ja dann fange ich meine neue im keller und das bauen auch gerne welche und hier ist immer noch melden sein grab unten drinnen erst mal abbauen gar nichts drin okay das war einfach kam okay da muss ich meine ausnahmsweise recht geben das war kammer das kammer kommt auf dich auch noch zurück wo ist jetzt der holzblock da soll ich strengstens machen ich muss das ja auch noch auf unter fünf bringen das problem ist wenn ich jetzt hier reingekriege ich hier das sch- oh ich habe hier gar kein witchwater drinnen sehe ich gerade okay dann machen wir das anders ich brauche obsidian ey du hast doch da witchwater drinnen ja ich habe es erstmal wieder rausgenommen was war das ich habe nicht damit gerechnet dass die stacheln so stark sind ist da auch gestorben nee die haben gerade das ist kommt beinahe das komplette dings schild weg gesaugt ja gut äh wie du das alter haben wir da witchwater habe ich hier den angel ring ich brauche noch den ring soll ich dir das witchwater drinnen platzieren ich halte eine sekunde länger aus die stacheln zu berühren im notfall äh ich gehe nicht da rein ich mache das anders das kannst du auch bei mir machen bitte helfe warte ich helfe dir ich helfe dir Ich hatte nicht vor, dich zu töten. Ich habe nicht mit dem Schaden gerechnet. Tja, Melvin, leg dich nie mit uns an. Du siehst, wo das endet. Jetzt muss ich wirklich sagen, dein langes Ding ist echt schade. Macht echt schade. Das stand im Chat. Hä? Wieso? Was wird hier drin gespawnt? Loi, nach oben kann ich das... Och, Mann! Jetzt hast du Pech, jetzt musst du warten. Mach deinen blöden Magnet aus. Äh, geh mal kurz weg, Eik. Und gib mir das Obsidian. Ich kann es schon mal machen. Das kann ich nicht bauen. Ja, warte. Nimm es doch mal auf. Du solltest es aufnehmen, habe ich gesagt. Fabs. Warte, ich werfe es hier von hier oben zu. Boing! 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 Wie groß soll denn die Spawnkammer sein? Äh, wie viel habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, also so 6x6x6. Reicht vollkommen. Brauch keine Spawnkammer. Wofür auch? Da geräumt dann der Gas rein. Brauch kein Gas. Ach hier, ich habe was von dir eingesammelt. Eww. Das will ich aber nicht. Ich habe noch dein anderes Zeug im Inventar, siehst du? Ja. Und die ist jetzt schon 7 hoch. Egal. Äh, das war deins. Ein paar Apfeldinger behalte ich mir. Das war deins. Das war deins. Du kriegst die Hühnerkacke. Das war deins. Ja, das muss es gewesen sein, oder? Ja. Glaub ich schon. Äh, Melvin, hast du Fackeln? Ne. Ne. Ich habe leider auch keine mit. Du hast mir gerade meine Elbe geklaut. Mann, das ist ein bisschen zu... Wir müssen die hier oben anbringen. Ach, ach. So. So. Witsch wurde da. Und... Autsch. 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 Soll die Person, die keinen Schaden durch sowas bekommt, das da reinsetzen? Nö, nö. Mir fehlen nur 4 Herzen. So, Melvin. Ach ne, ich habe ja wieder die Essen gemopst. Stimmt. Danke. Wo ist jetzt? Ne, passiert gar nichts mit der Maus. Jetzt ist sie. Warte, nicht setzen. Ich wollte sie jetzt da... Ich wollte sie darin einsperren. Da musst du nicht schwimmen. Äh, ich setze sie jetzt hier unten hin. Okay, dann war es doch der, äh, Squid. Gut, dann geben wir den nur hin. Und den kann ich dir besorgen, bei mir spawnen die ganze Zeit. Äh, ich habe bei mir auch einen Pool voller Squids. Ja, aber du hast doch noch die Fledermaus drin. Die brauchst du doch noch. Ich habe doch noch das Cursed-Lasso. Äh, stimmt. Wir brauchen sogar so einen Cursed. Hast du einen Cursed-Lasso mit? Ja, aber da kann ich natürlich wieder kein Squid einfangen. Ich habe beides mit. Okay. Äh, jetzt muss ich nur gucken. Ähm... Squidty, Squidty, Squid. Na, da. Bei den, äh, äh, Federn. Bei mir. Ist dran. Äh, ganz kurz kurz. Wo ist mein Eisenhelm? Da ist mein Eisenhelm. Da hast du schon. Ja. Äh, dann kriegst du erst mal das hier. Äh, den Kasten abbauen. Kannst du ihn noch stehen lassen? Äh, Melvin. Na gut, wofür brauche ich den halt? Okay, dann. Der ist jetzt gleich weg. Also, der Obsidian Tower ist weg. Danke, jetzt kann ich mein Glück werden. Wir können ja auch einen riesen Penis noch da hinbauen, wenn du bei Du's bist, Melvin. Danke. Äh, das Glas... Ich behalte mir mal das Obsidian und das Witchporter. Ja. Dann kann ich Simulator für meinen Angel Ring noch benutzen. Gold. Und... Wo ist mein goldener Mini Ring hin? Wo ist mein goldener Mini Ring hin? Lull? Welcher goldener Mini Ring? Ja, du brauchst doch noch so einen Mini Ring für den Angel Ring. Ach ne, den Ring of Flying... Was ist denn das? Schwarze Farbe, zwei Dears, eine Natterperle und ein Squid. Golden Lasso... Äh... Warte, ich bring dir den Squid vorbei. Ja. Ein Dears, schwarze Farbe hab ich auch. Ach... Aha... Hier ist ein Squid. Äh... Schwar, danke... So, eine Enderperle hab ich hier. Jetzt muss ich mir unten noch schnell ein Bier holen. Komm hier unten in meine Farm angucken. Du wirst... Äh... Du wirst richtig doof gucken. Co2. Da hinten in der Ecke. Das hab ich heute in zwei Aufnahmen gebaut. Joa... Ne, ich bin ja immer wieder gemüscht, damit ich nebenbei noch essen kann. Ach so. Ich bin nicht so derjenige, der einfach schlingt. Und ich brauch ein goldenes... Das ist goldenes Lasso noch mit nem Chicken. Und Resolant Redstone. Ey... Jaaa... Das Resolant Redstone kann ich dir besorgen. Das Lasso mit nem Chicken nicht. Äh... Ich mach mir gleich nochmal ein goldenes Lasso und da fang ich nen Chicken mit ein. Das ist ja kein Problem. Ja, das Resolant Redstone, das besorg ich dir. Äh... Ja, das könnte ich auch selber herstellen. Okay, dann stellst du dir ja eben selber her. Am Ende Perle... Dann brauch ich's... Mach ich mal jetzt erstmal schon das goldene Lasso. Äh... Das... Und... Die Nuggets brauch ich dazu. Die... So... Äh... Ja? Hat jemand noch ein... XP? Ich hab nur 7... Ich brauch 8... Oh... Ich auch nicht. Dann... Müssen die Squids dran glauben. So... Vielleicht ist es in meiner Mob Farm noch XP? Ne... Äh... Äh... Ein Schweinchen dauerun... Zweites Schweinchen dauerun... Ich hab's gleich. Äh... Das Vieh... Das Vieh... Ja, aus dem Hühnchen kam natürlich kein XP raus. Wie soll's auch anders sein? So... Achte... Ja... Okay... Wir haben eine Automatische... Äh... Generierung für Sugar Canes angelegt bei uns. Wir sind momentan bei 1100 Sugar Canes. Was? Ja... Gut... Dann... Könnt ihr damit handeln. Stimmt... Ein Villager. Ist ne andere Möglichkeit am Ende aber jetzt zu kommen. So... So... Fühnchen... Gut... 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 Komm her... Da unten hast du dich versteckt. Hehehehehehe... Und... Eisen... So... Fehlern haben wir hier drinnen. Und... Und... Das... Ein Stick brauche ich noch. Den haben wir hier. So... Und... So... Ehh... Jetzt... Ein Angel Ring kostet 32 Dribb Power sehe ich gerade. Hm... Das ist... Es geht aber ganz leicht. Dass die zusammen zu bekommen. Ja... Haben wir ja auch stranded auch gemacht, bloß da war das viel einfacher mit dem herstellen ach ne ich brauch schon wieder xp für den ersten rück ne hä hä ich hab das doch ich kann den nicht rausnehmen obwohl ich alles drin hab oh falsches goldenes lassen so nummer 1 dann das da äh das war wieder das falsche goldene lasso dann das da und glas braucht man das hab ich doch alles mit dem ich jetzt verarschen das gold ja ich merk grad dass wir mehr grid power brauchen wir sind bei 24 insgesamt so acht stück aufgebaut und von einen seiten wasser ran laufen lassen ich bin bisher bei zwei watermills so angel ring ist da wenn du weiter bauen willst müssten dir dann abholen kommen da kannst du dir auch das goldene lasso von euch vielleicht rausnehmen aus der einzelstehenden normalen kiste halt und ist nur ein lasso okay angel ring ist dann dort auch erstmal drin so wie gesagt ich brauche erstmal neue pass warte mal mein problem ist gerade redstone das kann man sich doch sicherlich bei dir irgendwie kaufen äh warte ich muss selber erstmal gucken wie viel ich unten drin hab da hab ich noch gar nie nachgeguckt äh ein stack insgesamt 13 ach ne hier sind nochmal 3 also insgesamt hab ich jetzt hier 2 stack 45 wieviel brauchst du äh ne aber halt lieber nö erzähl für was wenn du brauchst dann nimm äh ich weiß selbst grad nicht wieviel ich brauch deswegen warte ich brauche also ich hab jetzt in meiner kiste insgesamt 3 stacks 49 ich brauch 4 8 wenn ich mich nicht verrechnet habe 24 dann hol sie dir hier raus die 24 fallen doch bei mir nie auf du kannst dir einen ganzen stack rausnehmen äh ich muss sowieso gucken hier ach warte da wahrscheinlich dieser coolen kiste von euch hm und wo ist der ring da na nehm ich mir den schon mal mit 2 4 6 2 6 bohne da eisen da das da das gedöns kommt hier rein 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ja jetzt muss ich kurz überlegen das 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 ist so dann muss ich das das denn nehm ach wacke ist auch das heißt ich brauche doch einen schlau auf den tisch Melvin red mit uns hallo lol hallo hört man bloß ja gern dass man pc in meinem zimmer steht nicht mitten im raum wo mama und papa alles mit kriegen das ist egal ernsthaft also kommt drauf an dass ich jetzt sagen oder was du dir einen kurzen